Meine Klinge, ich bin für zwei Dinge gemein. Also gut, aus reiner Rat und auch aus Respekt, dir gegenüber nehme ich daran teil. Ich werde andere interessierte Marodeure mitnehmen. Sag mir einfach lang und hohe, ich freue mich schon darauf. Sei nicht so gut. Ja, du kennst ihn persönlich? Ach wirklich?